Willkommen zurück zu SFS Colony. Meine Güte, das habe ich echt schon eine ganz lange Zeit nicht mehr gesagt. Es ist aber auch wirklich schon sehr lange her. Das letzte SFS Colony Video ist jetzt schon 10 Wochen her und das Video davor war nochmal 5 Wochen vorher. Das heißt, wir haben effektiv seit 15 Wochen keine SFS Colony Videos gemacht. Aber ich sage es euch gleich, keine Sorge, es wird weiterhin SFS Colony geben. Ja, ich habe eine Menge im Hintergrund gemacht, von denen ich euch erstmal nur zwei Sachen zeigen kann. Daher hier dieses kleine spezielle Video. Das ist keine ganz normale SFS Colony Folge. Wir werden hier nichts aufbauen und nichts ins All schießen, sondern einfach mal ein bisschen über SFS Colony selber plaudern. Und als allererstes habe ich eine Frage an euch und die lautet folgendermaßen. Was möchtet ihr in Zukunft in SFS Colony noch sehen? Ich habe natürlich Pläne, die betreffen aber mehr die ferne Zukunft und weniger die nahe Zukunft. Also was wollt ihr in nächster Zeit noch in SFS sehen? Ich habe an sich vor, an den Planeten bzw. an den Raumstationen und Kolonien weiterzubauen, die zu vergrößern. Und ja, ich frage mich, was ihr dazu denkt. Deshalb kommt das erstmal hier ganz am Anfang hin. Des Weiteren, zwei Sachen, wie gesagt, die ich euch zeigen möchte. Und zwar habe ich Logos entwickelt. Und zwar zum einen für die SFS Colony Serie selber und für die Weltraumagentur, die Weltraumorganisation, die ich hier ja quasi im Grunde darstelle mit den Atlantis und Avalon Raketen. Da habe ich mir quasi nie einen Kopf drüber gemacht, was ich schon eigentlich ganz am Anfang hätte machen sollen. Aber ja, deshalb jetzt haben wir das endlich. Also erstmal das Logo für die SFS Colony Serie. Das schauen wir uns zuerst an. Und zwar hier haben wir das. Das ist Colony, natürlich ausgeschrieben. Und zwar im selben Textformat wie das NASA-Logo. Das ist halt eben diese Wurmschrift, könnte man sagen, wo alles quasi nur aus einer Linie besteht. Und da haben wir eben Colony ausgeschrieben. Ihr seht, die Buchstaben haben unterschiedliche Farben. Und in der Mitte von jedem Buchstaben ist dann ein Planet bzw. ein Mond. Alle die Orte, die wir bisher schon erkundet haben. Und darauf möchte ich natürlich weiter aufbauen. Das heißt, die Sachen, die ihr da drauf seht, haben wir jetzt schon in gewisser Weise besucht, aber vielleicht noch nicht ganz erkundet. Und vielleicht kriegt ihr da auch ein bisschen meine Pläne raus. Jedenfalls, das wäre es mit dem SFS Colony Logo. Und jetzt gehen wir weiter zu der Weltraumorganisation. Ich habe auch noch keinen wirklichen Namen dafür. Ich habe zwar ein ziemlich cooles Logo, wie ich finde, aber keine Ahnung. Schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare und falls ihr einen guten Namen habt, schreibt das auch mal dazu. Und zwar hier haben wir das Logo. Auf der linken Seite haben wir einen, ja, sogenannten Erlenmeyer-Kolben. Für die Leiden unter uns ist im Grunde ein Reagenzglas, was Forschung repräsentiert. Auf der rechten Seite haben wir dann ein Zahnrad, was im Grunde das Ingenieurwesen, das Aufbauen von Raumstationen und Kolonien darstellen soll. Und in der Mitte haben wir eine Rakete, die das dann eben alles ins All bringt, ja. Also wir haben unsere Rakete, die bringt sowohl Forschung als auch Ingenieurwesen ins All, um dort quasi Kolonien aufzubauen und mehr über unser Sonnensystem zu verstehen. Wie gesagt, ich habe noch keinen Namen dafür. Wenn ihr einen guten Namen habt, schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Und das wäre so ziemlich alles, was ich euch fürs Erste zeigen kann. Da kommt noch was in Zukunft, keine Sorge. Aber jetzt erstmal nochmal einmal aufzählen. Als allererstes, was möchtet ihr in nächster Zeit noch in SFS Kolonien sehen? Was möchtet ihr für einen Namen haben für die Weltraumorganisation, die wir hier darstellen? Und was denkt ihr über die Logos? Das würde mich auch mal interessieren. Und ansonsten war es das mit dieser recht kurzen Folge, mit dem bisschen Geplapper, was wir hier hatten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!